Tschach liebe Sportskameraden, euer Gök hier am Start und ich dachte ich nehme euch mal mit in meine Lieferbestellung hier und guckt mal was ich hier habe und zwar gibt es einmal Reis, dann habe ich ganz normaler purer Reis, Hähnchen Curry mit Gemüse drin und einfach hier ein bisschen Roggen, Vollkornbrot und das Ganze euch beim Inder bestellt und ihr wisst ja, ich bin immer noch dabei ein bisschen drauf zu packen und wenn ihr so Tage habt, wo ihr echt keinen Bock habt zu kochen oder irgendwie auch selber zu machen oder zu spülen, dann bestellt euch mal was aber mein Tipp auf jeden Fall, guckt mal vielleicht so Sachen wie beim Inder, wo ihr einfach ganz normale Sachen habt ohne irgendwelche Zusatzstoffe, einfach Reis, einfach ein bisschen Hähnchen, ein bisschen Soße, das ist kein Problem viele bestellen sich ja immer die fettigste Pizza mit Soße Hollandaise und extra Käse und so weiter und da könnt ihr echt nicht viel falsch machen bei so einfachen Dingen hier damit ihr einfach mal wisst, was ich mir so bestelle, wenn ich keinen Bock habe zu kochen dann noch ein kurzer Hinweis, macht das mal, bestellt euch das, kurzer Hinweis auf jeden Fall ich will ja nicht so viel Werbung machen, ich weiß, es nervt, aber ich habe hier ein Gymbros ihr wisst ja, ich bekomme die gesponsert und mit einem 10% Code, den ihr unten in der Beschreibung findet zahlt ihr dafür 22 Euro noch, weil es ist also recht günstig der Vorteil, wenn ihr das diese Woche macht und das finde ich ist eine gute Sache und auch mein Anliegen dann geht 1 Euro des Kaufs, dieser Stringer geht, ja, nach, ja, in die Philippinen sozusagen ihr wisst ja, das ist die große Katastrophe dort mit dem Taifun Gymbros spendet pro Verkauf 1 Euro an das Deutsche Rote Kreuz, das geht auf jeden Fall dahin und deswegen, wenn ihr jetzt so ein Gymbros oder jetzt die Woche oder überhaupt so ein Ding haben wollt bestellt es vielleicht diese Woche, dann habt ihr einmal hier den Code 10% auf jeden Fall günstiger und 1 Euro wird noch gespendet für einen guten Zweck, deswegen macht es auf jeden Fall, wenn ihr so ein Ding haben wollt ansonsten, ich hau mir das ganze Futter mal rein, die Tage gibt es mal wieder ein Update ich bin jetzt bei 80 Kilo knapp, mal gucken was noch nach oben geht und ja, haut rein, euer Görgi, ciao Outro Outro Outro